Hallo ihr Lieben, ihr seht schon, heute ist wieder Epoxy Tarts Time und ich habe drei Untersetzer in Planung und muss euch aber fairerweise schon sagen, ich habe irgendwie dieses Rausholen, nicht mehr das Video und habe dadurch auch nur noch zwei, wo ich euch Fotos von zeigen kann, wie sie letztendlich aussehen, aber ich hoffe, ist okay und ich wollte sie euch trotzdem nicht vorenthalten, nämlich dass das manchmal gar nicht so einfach ist, das Ganze so zu machen. Falls ihr im Hintergrund irgendwie immer die Vögelchen zwitschern hört oder so, wir haben immer noch Frühling, die Vögel sind hier in der Gegend einfach sehr stark ausgeprägt und dadurch, da ich das Fenster jetzt offen habe, hört man sie halt wahrscheinlich und dementsprechend einfach mal genießen, diese wunderschöne Vogelgezwitscher. Ich liebe es immer sehr und freue mich da auch immer drüber, das ist wie, ich war jetzt letztens an der Ostsee und habe da die Möwen immer gehört und auch das finde ich sehr, sehr schön. Auch wenn man bei den Möwen nie mit was zu essen in der Hand laufen darf, so finde ich es trotzdem sehr, sehr schön, immer an der Ostsee zu sein. Ja, ansonsten, ich habe jetzt einfach klares Harz erstmal reingemacht in die Form und da kann ich immer wieder nur wiederholen, bitte immer darauf achten, es gibt einfach, das Ganze, Sicherheit gehört einfach mit dazu, das heißt einfach immer Handschuhe tragen, eine Maske tragen und da einfach gut aufpassen. Ich habe mir auch so eine Spritzbeutel geholt, weil ich das bei allen so gesehen hatte, wie sie das gemacht haben. Ich habe mich leider immer noch ein bisschen dusselig angestellt, aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen am Harz letztendlich, dass das sehr dünnflüssig war und das Ganze einfach so ein bisschen geübt werden muss. Was aber auch in Ordnung ist, ich gucke mal, ob ich mir jetzt einfach mal nochmal das dickflüssigere Harz hole, damit das vielleicht gut funktioniert. Und genau, hier kommt das Weiß noch mit dazu und wie gesagt, so das Zwischenergebnis und so fand ich super. Ich finde auch das Endergebnis gar nicht so schlecht, aber ja. Ja, ansonsten, das Harz ist wie immer Resinen vor Dekor. Das ist sehr dünnflüssig, dadurch glaube ich, ist einfach das Ergebnis nicht das geworden, was ich halt gerne wollte. Und das härtet innerhalb von 24 Stunden aus. Je nachdem, was man für Effekte oder wie man es noch nachbearbeiten möchte, kann das sein, dass das dann einfach vielleicht auch schon nach 12 Stunden rausgenommen wird, gerade wenn man zum Beispiel kleine Schädchen machen möchte oder so. Dann ist es wichtig, dass das noch ein bisschen weicher ist. Und ich nutze das ganz gerne, weil ich das sehr pflegeleicht finde. Die ganzen Mischverhältnisse, die alle so ein bisschen 1 zu 3, 1 zu 4 oder was auch immer, finde ich persönlich immer so schwierig irgendwo für mich dann immer meinen Kopf zu sortieren, weil ich dann immer schon so im Machenfieber bin, dass mir das dann halt irgendwie immer ein bisschen schwerer fällt. Und aber ich werde es irgendwann mal bestimmt auch mit einem anderen Harz ausprobieren, weil Resinen vor Dekor, habe ich ganz vergessen jetzt zu sagen, das ist 1 zu 1 gemischt, das heißt ein Teil vom Hertha und ein Teil vom Harz. Und dadurch ist es für mich eine wunderschöne Möglichkeit, das Ganze dann immer auszuprobieren. Ich habe das ganze Video ein bisschen schneller gemacht, damit ihr da einfach so ein bisschen nicht einschlaft beim Video. Und genau, ihr seht schon meine Hand, die zittert unglaublich. Ich habe einfach so ein zittriges Gefühl ganz oft. Und dadurch ist es gar nicht so einfach manchmal, das Ganze so zu machen. Und das kenne ich aber auch vom, wenn ich vom Einkaufen und was schweres in der Hand hatte, dann zittern meine Hände sehr doll auch. Und also dadurch, ich struggle auch ein bisschen mit diesen Spritztüten. Und, aber irgendwann schaffe ich es, dass es dann tatsächlich funktioniert. Ich habe euch da so ein bisschen das Ganze dann, das Struggle ein bisschen rausgeschnitten, aber das hat dann doch irgendwie funktioniert. Das Spritzen war jetzt auch nicht ganz so einfach, weil meine Hände einfach schon so mega gezittert hatten, dass das ein bisschen zittrig aussah. Aber, wie sagen manche immer von den YouTubern, zittrig ist auch okay. Also letztendlich, also es muss nicht immer ganz so normal sein und gerade sein. Und weil dieses Epoxidharz hat einfach so seine eigene Magie, die dann irgendwie das Ganze halt auch ausmacht. Und ja, dementsprechend habe ich mich einfach getraut und gemacht. Und egal, wie es dann letztendlich aussieht. Ich mag die Farben übrigens sehr, die da so ein bisschen die Magie bei mir macht. Und ja, ansonsten, ich erzähle einfach noch mal ein bisschen was zum Epoxidharz. Epoxidharz ist ein schönes Hobby, was man aber am besten nicht mit Kindern macht. Es ist einfach nicht ganz so einfach. Wer sein Kind so, also ich würde jetzt sagen Teenager, glaube ich, kriegen das schon hin. Da sollten die Eltern aber trotzdem unabhängig davon dabei sein. Und das Ganze dann eben, es gibt halt ein Härter und ein Harz, was zusammengemischt wird. Dadurch entsteht diese chemische Reaktion. Ihr seht schon, ich habe auch immer Handschuhe an. Ich bin da relativ vorsichtig, weil ich eh schon mit der Haut immer ein bisschen was zu tun habe. Es sollte eine Maske immer getragen werden. Es gibt bestimmt auch Harzarten, wo gesagt wird, es ist vollkommen in Ordnung ohne Maske. Ich finde es schwierig ohne Maske, weil man es wirklich nie hundertprozentig wissen kann, was da jetzt passiert dann. Es sollte in einem Raum sein, wo man nicht die ganze Zeit isst. isst und isst. Also isst und essen. Und genau, also dementsprechend da auch so ein bisschen schauen. Ich habe mir jetzt mittlerweile auch so eine Unterlage gemacht. Ich nutze immer die Müllbeute, weil ich kann die Müllbeute danach ja immer noch weiter nutzen. Das ist der Vorteil. Und ich kann sie von allen Seiten nutzen, um dann irgendwann den Müll reinzupacken. Und dadurch war das für mich jetzt immer in Ordnung und habe da jetzt für mich so ein bisschen meine Art und Weise mitgefunden. Und habe zu Anfang nämlich das Ganze ohne Unterlage gemacht. Und so sieht mein Tisch nämlich auch aus. Ärgerlicherweise, logischerweise. Und genau, ansonsten, es gibt ganz viele unterschiedliche Sachen. Es gibt Alkohol-Inkfarben, mit denen arbeite ich auch sehr gerne, weil die unglaublich schöne Effekte machen. Dann arbeite ich mit dem Pigment. Pulvern und auch Pasten. Mit Pasten tue ich mich noch ein bisschen schwer, aber ich glaube, da werde ich immer wieder noch mal dran üben, wie das am besten funktionieren kann. Und ansonsten, ihr seht ja schon, ich ziehe da so meine Kreise, meine Kringel. Und ich hatte es bei einer gesehen gehabt, die das so ein bisschen immer in der Art macht. Ist einfach, wie gesagt, ich tue mich da, glaube ich, einfach nur schwer. Aber wie gesagt, ich wollte euch damit ja eigentlich nur zeigen, ist nicht alles so einfach, wie man denkt. Habe es echt gedacht irgendwie, oh super, das kriege ich auch hin. Aber ich habe es nicht hingekriegt. Zumindest nicht so, wie ich es gerne gehabt haben wollte. Ansonsten, mein Kanal existiert ja schon eine Weile und ich habe zu Anfang immer mit Musikvideos hochgeladen, weil ich das für mich ein wunderschönes Hobby finde, da einfach zu Bands gehen, die kleinen Bands, und da einfach so ein bisschen Spaß haben und einen schönen Abend. Und die habe ich dann auf meinem YouTube-Kanal verewigt. Ich verdiene damit kein Geld, weil es meistens Cover-Musik ist und dadurch habe ich da einfach gar keine Chance, überhaupt zu verdienen, was aber auch gar nicht so mein Ziel damit war. Und 2020, wo Corona dann begonnen hat, da habe ich da angefangen mit den Basteleien. Da habe ich zum Beispiel Seife gießen, war, soweit ich das jetzt in der Lösung habe, einfach die erste Video, was mit Basteln zu tun hat. Und weil da einfach viel Zeit für war, man durfte ja nicht so richtig rausgehen, man durfte nicht unter Menschen sein. Wobei unter Menschen ist jetzt auch nicht meine erste Wahl. Ich bin jemand, der sehr vorsichtig mit Menschen umgeht. Gerade wenn ich abends weggehe, wenn das extrem voll ist, ist das nicht ganz so meins. und habe aber durch dieses Film der Bands zum Beispiel, habe ich eine schöne Möglichkeit jetzt gefunden gehabt, das Ganze dann für mich gut möglich zu machen, mit den vielen Menschen auch klar zu kommen. Und weil mich das einfach entspannter dann macht. Und ja, aber da ist jeder so ein bisschen anders. Jeder, ich glaube mittlerweile haben viele damit zu tun, dass eben Menschen nicht ganz so ihr Ding sind und dass das immer gar nicht so leicht ist. Ja, und ich lade mittlerweile immer sonntags meine Videos hoch, nehme ich einmal um 12 meine Bastelvideos und um 16 Uhr dann ein Musikvideo. Und freue mich da eigentlich immer drauf. Wird immer ganz unterschiedlich angenommen. und mal sind es mehr die Musikvideos, die geschaut werden, mal mehr das Bastelvideo. Und ich versuche mich da immer so ein bisschen auszutoben und zu gucken, wie es am besten funktioniert und eben halt auch auszutesten. Ich freue mich da immer so ein bisschen, wenn ich dann gucke, wenn ich eine neue Technik ausprobieren kann und wie die am besten funktioniert. Ich habe so viele unterschiedliche Sachen mittlerweile ausprobiert und auch hier teilen dürfen. Für mich ist es ja auch immer so ein bisschen zeigen, was am besten für mich funktioniert hat. Dann kann ich immer wieder noch drauf zurückgreifen. Ich habe euch das Anmischen mal ein bisschen rausgenommen gehabt und versuche da so ein bisschen dann immer so das Gleichgewicht. Sollte jetzt ihr immer irgendwie noch mal interessiert sein an einem kompletten Grundlagenvideo, dann sagt mir das gerne Bescheid. Gebt mir in den Kommentaren einfach einen Hinweis. Dann mache ich das gerne für euch nochmal und zeige euch da einfach nochmal ganz viel Grundlage, auf was muss man achten. Gerade beim Zusammenmischen kann man so viel falsch machen, dass es dann nicht aushärtet, wenn man es nicht gut genug vermischt. Und da würde ich euch dann im Zweifel auch gerne nochmal mitnehmen, wenn ihr das möchtet. Ich habe es immer wieder mal in ein paar Videos auch mitgemacht, das Anmischen, wie ich rühre und allem drum und dran. Aber es ist halt immer ganz, ganz unterschiedlich, wie jeder so damit umgeht. Und ja, also sagt mir da gerne Bescheid. Das ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr da nochmal so ein bisschen Auffrischung haben wollt. Und genau, ansonsten, ich habe das Ganze aushärten lassen, hier die Untersetzer, und gehe jetzt mit einer zweiten Schicht als Untergrund, weil es ja transparent war. Und so gibt es dann nochmal eine Farbe, um das Ganze schön auszubreiten und da den Kontrast mit dem Weiß und den anderen Farben gut hinzubekommen. Und dadurch hat es dann ganz gut funktioniert mit dem Ganzen. Und wie gesagt, die Ergebnisse von zwei leider nur bekommt ihr dann jetzt gleich, dann nochmal zu sehen. Das Ganze unbedingt immer gut aushärten lassen. Ansonsten und am besten, wenn es noch nicht so lange jetzt her ist, ich hole ja oft die Sachen raus, da liegen die schon zwei, drei Tage. Aber ansonsten hole ich sie oft mit den Handschuhen noch raus, damit einfach nicht so extreme Fingerabdrücke zu sehen sind. Und ja, ihr seht schon die Farbe. Ich mag die Farbe sehr. Das ist auch diesmal eine Paste. Und ich finde die mega schön von der Farbe her. Ich bin mittlerweile so ein Mint-Türkis. Ja, Petrol sowieso schon seit vielen Jahren meine Farbe. Liebe sie sehr und würde am liebsten alles in Petrol oder Mint oder irgendwie sowas haben. Ich habe aber auch ein paar rötliche Farben, die ich ganz gerne schaue. Aber es gibt so ein Bordeaux-Farm, Alt-Rosa, was so ein bisschen dunkler ist. Ich bin nicht so der komplette Rosa-Typ. Da bin ich einfach komplett raus. Ist für mich keine Option. Das Ganze in Rosa irgendwie. Ich war dann irgendwann, ich habe ja teilweise Schlüsselanhänger gemacht, immer für Freunde. Und dann habe ich immer gefragt, welche Farbe darf es denn sein? Und was kam? Rosa. Yippie. Ich, ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Und aber mittlerweile hat dieser Hype ums Rosa ein bisschen aufgehört. Und habe dann einfach so ein bisschen das Ganze in andere Farben lenken dürfen. Und ja. Hier, wie gesagt, ist soweit jetzt die Untersetzer fertig. Ich habe sie dann austrocknen lassen oder durchhärten lassen. Alles ein bisschen länger. Und ich habe leider, wie gesagt, das Video beim Rausnehmen so ein bisschen verdüddelt. Und habe dann das Ganze jetzt leider mit einem Foto nachholen müssen. Und ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und ansonsten seid ganz lieb gegrüßt. Und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Und bis bald. Tschüss.